Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Heute das Driver Lineup Video, was ich im letzten Video angekündigt habe. Heute ist Donnerstag, kurz nach 18 Uhr. Ich werde am Ende des Videos noch ein paar Sachen bezüglich Piastri und Alpine sagen, denn mittlerweile kriegt man jeden Tag neue Infos und die wollte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen. Als Reihenfolge werde ich die Constructeurstabelle 2021 nehmen, das heißt ich starte mit Mercedes und beende das Ganze mit Haas. Und ich setze noch einen drauf, ich sage euch sogar, wer welchen Vertrag hat, egal ob ein Jahr, zwei Jahre oder wie auch immer. Also würde ich sagen, here we go. Starten wir mit Mercedes. Dort sehe ich 2023 ganz klar Lewis Hamilton und George Russell. Einfach deshalb, weil die beiden auch bestehende Verträge haben. Lewis Hamilton, sein Vertrag geht bis Ende 2023, obwohl ich gehört habe, dass der Brite aller Voraussicht nach noch ein weiteres Mal verlängert. Und zwar bis Ende 2025. Dr. Wolf hat ja auch am Rande des Ungarn Grand Prix gesagt, wo er die 300 Grand Prix gefeiert hat, er könnte sich sogar 400 Grand Prix beim Vorstellen. Vielleicht war das ja irgendwie so ein Hinweis, man weiß es nicht. Was George Russell angeht, er hat einen sogenannten Long Term Contract. Ich vermute mal, dass das wohl fünf Jahre sind. Es gibt ja hier diesen Multi Year Contract, das sind zwei Jahre plus ein optionales Jahr. Und was ein Long Term Contract ist, ich könnte mir fünf Jahre vorstellen. Oder drei Jahre plus ein Jahr. Irgendwie sowas. Wenn ich es weiß, schreibe ich es unten als angepinnten Kommentar hin. So, weiter geht es mit Red Bull. Da brauche ich auch nicht lange überlegen. Und ich denke mal, ihr wisst auch meine Antwort. Richtig. 2023 sehe ich dort Max Verstappen und Sergio Perez. Einfach aus dem Grund, weil Max Verstappen nämlich einen sehr, sehr langen Vertrag hat. Denn er hat nämlich vor ein paar Monaten verlängert. Und zwar um weitere fünf Jahre. Und zwar, sein Vertrag geht jetzt bis Ende 2028. Das ist schon verdammt krass. Was Sergio Perez angeht, hat er sich so ein bisschen, ich sag mal, nach seinem Monaco-Sieg hat er sich ein bisschen verplappert. Denn eigentlich sollte sein Vertrag nur bis 2022 gehen. Also Ende 2022. Aber er sagte auf dem Weg zum Podium und ich zitiere, Maybe I signed too early. Damit war dann die Katze aus dem Sack. Und er hat nicht einen Einjahresvertrag bekommen, sondern einen Zweijahresvertrag. Das heißt, Ende 2024 läuft der Vertrag des Mexikaners bei Red Bull aus. Springen wir zu Ferrari. Da sehe ich 2023 Charles Leclerc und Carlos Sainz. Beide haben Verträge bis Ende 2024. Wobei man bei Carlos Sainz sagen muss, genau, also fast genau dieselbe Situation wie bei Diego Perez. Ende 2022 wäre sein Vertrag ausgelaufen. Aber der Spanier hat dann im Rahmen des Imola Grand Prix dann nochmal zwei weitere Jahre draufgelegt. Und ja, beide Fahrer dann bis Ende 2024 an die Scuderia gebunden. Springen wir zu McLaren. Da sehe ich 2023 Landon Norris, der einen Vertrag bis Ende 2025 hat. Und Oscar Piastri, aktueller Formel 2 Meister. Ich kann mir bei Piastri zwar noch keinen Vertrag vorstellen, weil es ja auch noch nicht offiziell ist, aber ich denke mal, er wird wahrscheinlich mit einem Einjahresvertrag starten. Kann ich mir gut vorstellen. Was meint ihr bezüglich der Piastri-Thematik? Welchen Vertrag würde er wohl bei McLaren bekommen? Weiter geht es mit Alpine. Bei Alpine sehe ich 2023 folgende Fahrer, und zwar Esteban Ocon und Daniel Ricciardo. Ja, ganz recht. Der Franzose hat einen Vertrag bis Ende 2024. 2024, und ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Ricciardo zu den Franzosen zurückkehrt, für die er 2019 und 2020 fuhr. Das heißt, er hat dort einen Zwei-Jahres-Vertrag. Wenn das Ganze, hoffe ich, mal offiziell gemacht wird, und er zu den Franzosen zurückkehrt, könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal zwei Jahre bei den Franzosen fahren könnte. Machen wir mit Alfa Tauri weiter. Dort sehe ich 2023 Pierre Gasly, der einen Vertrag bis Ende 2023 hat, und Yogi Tsunoda. Denn Franz Tauri sagte vor wenigen Wochen, dass der Japaner auf jeden Fall einen guten Job macht, und er sich auf jeden Fall vorstellen könnte, dass man mit dem Japaner auch 2023 zusammenarbeiten könnte. Springen wir zu Aston Martin. Da sehe ich natürlich Fernando Alonso und Lance Stroll. Interessante Info übrigens, was Fernando Alonso's Vertrag angeht. Es ist ein 1 plus 1 plus 1 Vertrag. Könnt ihr gerne mal diskutieren, was das wohl sein könnte. Ich habe da auch so meine Theorie. Aber was auch noch drinsteht, ist eine Klausel, die besagt, er kann jederzeit aufhören, wenn er mit der Fahrzeugentwicklung nicht einverstanden ist. Das habe ich, soweit ich jetzt nachdenken kann, auch noch nicht erlebt. Habt ihr schon mal irgendeinen gehabt, der so einen Vertrag hatte, dass er eine Klausel hat, dass er jederzeit aufhören könnte? Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Was Lance Stroll angeht, interessanter Funfact auch zu ihm, man weiß nicht, was sein Vertrag ist. Ich weiß nicht, war es die letzten Jahre eigentlich so, dass man Lance Stroll für das kommende Jahr bestätigt hat? Ich glaube, nein. Und deswegen weiß man, glaube ich, gar nicht, wie lange sein Vertrag geht. Vor allem, weil Daddy ja 16,7% von Aston Martin gekauft hat. Ich denke mal, ein paar Jahre wird der Kanadier noch im Team bleiben. Gehen wir mal zu Williams, denn da gab es am gestrigen Mittwoch nämlich eine Vertragsverlängerung mit Alex Alvin. Das bedeutet, er fährt 2023 für das Team und auch noch weitere Jahre, denn es ist nämlich ein Multi-Year-Contract, also ein Mehrjahresvertrag geworden. Also ich gehe von 2 plus 1 aus. Wen ich als zweiten Fahrer dort sehe? Logan Sargent. Ganz recht, liebe Leute, und zwar aus interessanten Gründen. Denn die Formel 1 expandiert ja zurzeit sehr viel mit Amerika und Logan Sargent ist zufälligerweise auch Amerikaner. Und wie war das nochmal mit den Strecken? Genau, Austin, Las Vegas und Miami, drei Strecken. Und ich denke mal, da Williams auch in Hand eines amerikanischen Immobiliengeschäftes namens Dorriton Capital ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die sagen, wir möchten gerne einen Amerikaner bei euch mal parken. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er 2023 für die Briten fahren wird, zumal er auch noch eine Training-Session beim großen Preis der USA, also seinem Heim-Grand Prix nämlich, bekommt. Ich könnte es mir vorstellen, dass er mit einem Einjahresvertrag startet. Ich weiß es nicht, ist noch nicht offiziell. Als vorletztes Team auf meiner Liste haben wir Alfa Romeo. Da haben wir Valtteri Bottas für 2023, der einen Mehrjahresvertrag hat, also auch 2 plus 1. Und dann haben wir noch Guan Yuuzhou, der einen Vertrag bis Ende 2022 hat. Aber ich glaube, man ist durchaus mit dem Chinesen zufrieden, sodass man mit ihm verlängert. Ich könnte mir bei ihm wahrscheinlich nochmal einen Einjahresvertrag vorstellen oder vielleicht auch etwas Längeres. Das letzte Team auf meiner Liste ist das HSF1-Team. Dort sehe ich 2023 nämlich Kevin Magnussen, der einen Mehrjahresvertrag hat. und Mick Schumacher, dessen Vertrag 2022 ausläuft. Ich glaube aber, dass man mit ihm verlängert. Ich habe nämlich ein Gerücht gelesen, dass er nicht nur 2023 bleibt, sondern auch darüber hinaus. Also genau das gleiche wie bei Alex Albon auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wirklich was für ihn wird. Falls ihr euch wundert, woher ich die Informationen habe bezüglich der Verträge, unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link dazu. So, Herrschaften, ihr seid am Zug. Wen seht ihr wo im Jahre 2023? Schreibt mir eure Prediction mal gerne in die Kommentare. Bin echt gespannt, was meine Community für Personalien bei welchem Team aufzählt. Und jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz etwas erklären bezüglich Piastri und Alpin. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Oscar Piastri hat am Dienstagabend mitbekommen, dass er für Alpin fährt. Ehrlich gesagt hat er dann gesagt, nein, ich werde 2023 nicht für Alpin fahren. Es gab auch Gerüchte, dass Alpin ihn bei Williams parken wollte, aber dazu kommt es auch nicht. Oscar Piastri hat, was die Gerüchteküche angeht, einen Vorvertrag bei McLaren unterzeichnet und eine Quelle von ESPN sagt, dass er 2023 zwar für McLaren fährt, allerdings als Ersatzfahrer. Das heißt, Daniel Ricciardo wäre noch im Team. Eine andere Quelle behauptet übrigens, dass McLaren Wege überprüft, um Daniel Ricciardo aus seinem Vertrag herauszukaufen. Und daher war ich mir auch ziemlich sicher, dass es mit Ricciardo und McLaren definitiv nichts mehr wird. Aber sagen wir mal ehrlich, Daniel Ricciardo hat bei McLaren nicht wirklich viel gerissen. Da sind wir uns wohl, glaube ich, alle einig. Und ich glaube, Piastri und Norris wäre auch ein gutes Line-up für 2023. Außerdem bekommt Alpin, wenn Ricciardo zu denen zurückkommen würde, und auch mal Schaffnauer würde das ja auch, soweit ich weiß, begrüßen, oder er hat kein Problem damit oder irgendwie sowas, man würde auf jeden Fall einen mehrfachen Grand Prix-Sieger nehmen und er kennt sich mit dem Auto auch besser aus. Ricciardo hat mit dem Renault-Auto, jetzt Alpin, überhaupt keine Probleme gehabt und er kam schnell klar. Von daher wäre es, glaube ich, gar nicht mal schlecht, wenn er zu Alpin wechselt. Was haltet ihr von dieser ganzen Piastri-McLaren-Thematik? Könnte Daniel Ricciardo dort herausgekauft werden? Also wird das wirklich Realität? Oder glaubt ihr, Daniel Ricciardo wird wirklich bei McLaren bleiben, wobei dann Piastri dann vielleicht Ersatzfahrer wird? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, bin echt mal gespannt, was ihr so denkt. In diesem Sinne, liebe Leute, das war mein Line-Up-Video für 2023. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr auch gerne auf Twitch vorbeigucken. Link dazu in der Videobeschreibung. Da rede ich öfters mal über solche Themen und mache auch sehr viel Community-Lobbys in F1 22. Schaut gerne mal vorbei, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video und ciao. Ciao.